Auf mein Zeichen. Du musst was hacken. Eine Menge Truppler hier oben. Kampfläufer bringen Truppler in dieses Gebiet. Deckung halten. Wir stehlen jetzt einen AT-AT. Deckung halten. Deckung halten. Deckung halten. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weiterfeuern! Wir können uns nirgends hin! Gute Arbeit, Commander! Kurvis, wir sind fast da! Schnell, Commander, der Sturm ist weg! Nein! Eiden, über uns! Korvis, Rampe runter und alle an Bord holen! Ja, Commander, aber der Blitz schließt unsere Systeme kurz! Es könnte etwas dauern! Ja, Commander, aber der Blitz schließt unsere Systeme kurz! Es könnte etwas dauern! ...zu 뭐� ...zuw 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 Da geht's nirgends hin! Unsere Besatzung wird angegriffen! Stählung, halten! Ja, Commander! Hoppla, aufhalten! Danke, Commander! Kampfläufer! Kampfläufer! Socknereinheit, ihr mal Marsch! Feuer! Kampfläufer! Wir werden alles tun, um uns am Boden zu halten! Wenn wir so in die Kautes haben, dann fliegen Sie uns hier raus! Probe! Nein! Ich bin so auf die Strecke! Die Strecke! Was ist das? ATS, die nähert sich. Haltet den Scout-Läucher aus. Ich sorge für Ablenkung. Knapp uns. Körner, Sorkommander. Los jetzt, alle rein! Ach, was der Commander sagt! Oh, Alter! Assange, los! Dad! Bring out the air lens! Show dabei! Admiral Versio, Agent Hask berichtet. Mission erfolgreich, Sir. Meinen Glückwunsch, Commander Hask. Also, wir sind nicht völlig allein. Ein Teil der Kur ist geblieben. Sie hat die Flüchtlinge vor den anderen geschützt. Wie geht's Ihnen? Geschockt. Verwirrt. Aber in Sicherheit. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Wir müssen die Leute warnen. Wen? Die Rebellen? Die werfen uns ins Sunspot-Gefängnis, bevor wir auch nur ein Wort sagen können. Darum sollten Sie einfach die Kurves nehmen und abhauen. Ich nehme einen Thai-Jäger, setze ein Notsignal ab und warte, bis die Rebellen mich finden. Glauben Sie wirklich, ich lasse Sie hier alleine herumtreiben? Der... Wir sind der Inferno-Trupp. Sie und ich. Hier ist Aidan Versio von der Imperialen Corvette Corvus. Ich sende ein Notsignal für die Rebellenallianz. Wir ergeben uns. Kontaktiert sofort den General. Du hältst es für eine Falle. Und bringst Sie trotzdem an Wort? Du willst immer, dass ich Risiken eingehe. Was Unverantwortlicheres konnte ich nicht tun. Sehr gut. Hallo. Ich bin General Lando Calrissian. Und Sie müssen diese Überläufer sein, von denen ich gehört habe. General? Wir haben Ihren Leuten schon alles gesagt, was wir wissen. Gehen wir ins Stück. Okay. Was war da? Was? Eine schlechte Idee. Erzählen Sie mal. Schrift glaubt, Sie sind imperiale Spione. Und was glauben Sie? Dass Sie Angst haben, um Ihr Leben rennen. Sie haben uns gute Infos zu Operation Asche gegeben. Ich habe dafür zwei Sternenjäger. Nur für Sie. Was? Sie lassen uns gehen? Ganz richtig. Fangen Sie einfach von vorne. Wo Sie uns überwachen. Dafür sind wir zu beschäftigt. Wir wissen, dass Operation Asche nach Naboo unterwegs ist. Sie müssen sich stoppen. Wir kriegen das schon hin. Nein, das Imperium verändert sich und mit ihm seine Taktiken. Wenn das stimmt, warum kommen Sie nicht mit? Retten Sie Naboo. Wir wollen keine Rebellen werden. Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können jetzt gehen oder Sie helfen uns. Sie vertrauen uns an Ihrer Seite zu kämpfen? Was soll ich sagen? Ich glaube fest an eine zweite Chance. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihre Schiffe. Wir können nicht mal Ex-Flügler fliegen. Kein Problem für eine Spezialeinheit. Was ist die Alternative, Aiden? Also, ich brauche eine Entscheidung. Kommen Sie. Alle Jäger, beginnt euren Angriff. Lando, dein Timing ist erstklassig. Hier ist Prinzessin Leia Organa. Alle bei mir sammeln. Lando, schützen Sie die Prinzessin. Wir zerstören die Asche-Satelliten. Ich bin hinter Ihnen. Oh, das weiß ich. Wenn einer von Ihnen etwas versucht, schieße ich Sie persönlich ab. Glauben Sie, Sie könnten das? Man nennt mich nicht umsonst, Danger 1. Ich sehe eine Wärmesignatur unter dem Zentralsatelliten. Das muss der Thermalenergiekern sein. Dann konzentrieren wir dort unsere Feuerkraft. Satellit zerstört. Schöne!